Liebe LEGO-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video hier auf Probebricks. Heute geht es mal nicht um Star Wars ausnahmsweise, da gab es ja in letzter Zeit sehr viele Videos dazu, sondern um LEGO Harry Potter. Da gibt es jetzt nämlich erste Infos zu zwei kommenden Sets, die auch im Sommer, im Juni erscheinen werden, die bisher noch unbekannt waren. Liegt daran, dass das wohl zwei exklusiv- bzw. teilexklusive Sets sein werden, die nicht bei allen Händlern verfügbar sind. Das erste Set, was wir hier auf der Liste haben, ist die 76422 und das wird die Diagon Alley Weasleys Wizard Weasles, also die Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Die haben da ihren eigenen Shop eröffnet in der Winkelgasse und das ist irgendwie ein bisschen komisch, denn genau dieses Gebäude gab es schon in der großen UCS-Winkelgasse von 2020. Allerdings wird das Gebäude jetzt noch mal einzeln erscheinen. 834 Teile für 89,99 Euro wohl. Wie das Ganze ganz genau aussehen wird, kann ich euch leider noch nicht sagen, denn offizielle Bilder werden wir hier wohl erst Anfang Mai sehen. Das einzige, was ich hierzu gehört habe, ist, dass es wohl nicht so modular mäßig aufgebaut sein soll, wie in der Winkelgasse, sondern eher so ein bisschen mehr in die Spielrichtung gehen soll, wie wir das zum Beispiel auch bei dem Hogsmeade hatten. Ansonsten gibt es hier eher wenig Informationen dazu, lediglich eine Sache, die ich hier noch auf der Liste habe und zwar, dass wohl immerhin sieben Minifiguren enthalten sein werden und ich rechne mal damit, dass zwei davon dann auch die Weasley-Zwillinge sein werden. Dann machen wir weiter mit dem für mich interessanteren Set. Das ist die 76 423 Hogwarts Express und Hogsmeade Station. Also das heißt, kaum ist der alte Hogwarts Express vom Markt gegangen, kommt hier auch schon der nächste. Alle Investoren werden sich freuen. 1074 Teile haben wir hier zu einem Preis von, da habe ich unterschiedliche Angaben, einmal 119 Euro, aber auch 129 Dollar. Irgendwo in dieser Richtung bewegen wir uns hier. Also ist auch ein ganz Stück teurer als der alte. Der hatte, glaube ich, ursprünglich mal 80 gekostet und dann 90 nach der Preiserhöhung oder sowas. Also hier hoffen wir mal auf mehr Steine bei 1074. Ich weiß nicht, wie viel der alte hatte, aber ich hoffe einfach mal, dass wir hier natürlich den Hogwarts Express drin haben und dann die Rote Brücke wird es sicherlich geben. Sowas hatten wir ja auch schon bei der alten Version, dass man da über das Bahngleis gehen konnte und ich hoffe einfach mal, dass das Bahnhofsgebäude hier von Hogsmeade in einer schönen Version beiliegt. Vielleicht hat sich ja Lego endlich auch mal durchringen können, den Hogwarts Express mit zwei Waggons statt nur einem zu machen. Am besten wäre es natürlich ein Zug mit zwei Waggons und ein schönes Bahnhofsgebäude. Das würde, glaube ich, hier alle freuen. Auch hier kann ich euch leider noch nicht allzu viel zum Inhalt sagen. Das ist jetzt nur Spekulation meinerseits, weil, wie gesagt, Bilder gibt es dann erst ab Anfang Mai. Das Einzige, was hierzu mir noch bekannt ist, ist lediglich, dass acht Figuren enthalten sein werden. Und ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue hinein, dass eine davon Hagrid sein wird. Das ist mir so irgendwie eine Szene bekannt im Gedächtnis geblieben, dass Hagrid da die Kinder immer vom Zug abgeholt hat und sie auch wieder hingebracht hat. Also der würde da eigentlich super reinpassen. Harry Potter darf natürlich auch nicht fehlen. Der darf sowieso in keinem Harry Potter Set fehlen. Ja, was genau es wird, könnt ihr mir ja unten mal in die Kommentare schreiben, welche Figuren ihr euch bei beiden Sets vorstellen würdet. Ansonsten auch gerne eure allgemeine Meinung, dass es jetzt hier zwei mehr oder weniger Neuauflagen von bereits bestehenden Sets nochmal auf den Markt kommen werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich auch gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und Tschüss!